Lösche niemals deinen Gamespielstand. Denn in Varioland musst du dafür in eine Röhre und als Bombe verwandelt dein eigenes Save-File in die Luft jagen. Noch trauriger ist die Domodachi Live. Nachdem dir gesagt wird, dass du all den Me-Landers verlieren wirst, verschwindet dein Charakter in der Ferne. Wie ein guter Freund, den du niemals wiedersehen wirst. Und in Kirby Superstar wirst du ganze dreimal gefragt, ob du es auch wirklich ernst meinst.